Was geht Leute, wir sind heute hier in Giebenbeck, Top-Wecker bei 23 Grad und die beiden Jungs hier, die sich ja sowieso schon täglich messen, die wollen jetzt hier in Giebenbeck am Rail schön im Game of Speed zocken. Und ich will harte Tricks sehen, hier Board regeln. Alles muss verstanden werden, ohne Fuß, bis zur Weide. Das T-T-Fat ist sowieso, also von daher, dass wir uns die Wege zum Saug machen, wenn wir ein Gieben. Oh ja. Lass uns mal schöne Tricks sehen. Oh, Michael's first. Let's go. Let's go. Das war's für heute. Da-da-da-da-da-da-da-da-da Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, hat das Game. Aber der Gewinner ist... Bravo! Oh, das ist ja...